Ich habe Messi gezogen! Das erste Mal Elite Info Champions erreicht. Das Ganze könnt ihr euch auch nochmal im Livestream anschauen. Der wird hier verlinkt sein. Ich habe jetzt eine Playlist gemacht mit allen Foot Champions Pack Openings und allen Foot Champions Livestreams, wo ich die Spiele mache. Habe ich alle in einer Playlist. Also checkt das auf jeden Fall mal aus. Die Playlist wird ganz am Ende verlinkt sein. Und ja, wir haben Elite geschafft. 29 Siege aus 39 Partien. Die 40 habe ich mir dann gespart, weil ich habe knapp 7 Stunden am Stück gestreamt. Und dann war irgendwann der Akku raus. Der Stream war auf jeden Fall richtig heftig. Tor war Tor in der 90. etc. pp. Da ist richtig viel kranker Stuff passiert. Also checkt das auf jeden Fall aus. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben da lasst. Denn ich habe heute wieder insgesamt drei Accounts zur Verfügung. Einmal meinen einzigen. Dann den von Guerrero und den von Mario Vizca. Die beiden Pro-Spieler. Die haben sich auch wieder richtig gut hochgezockt. Und da werden wir dann gleich auch in die Partien reinschauen. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns aber mal meine Belohnung an. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Checkt auf jeden Fall die beiden Jungs ab. Die Links zu ihren Facebook-Seiten sind in der Beschreibung. Müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Vor allem der Mario hat jetzt angefangen mit Livestreams. Und seine Facebook-Seite ist auf jeden Fall auch sehr aktiv. Also das auf jeden Fall mal abchecken. Wenn ihr auf professionelles Gameplay steht. Die beiden sind wirklich richtig krass, was das angeht. So Freunde und da sind wir. Die Foot Champions. Belohnungen werden abgerufen. Und da ist endlich dieser Screen. Ich habe endlich Elite erreicht. Möde euch zusammen im Stream. Der Support war da einfach so heftig. Elite 3, ein Jumbo-Seltenes-Spielerset. 70.000 Münzen und ein Premium-Team der Woche-Set. Und auf dieses Set habe ich so geschwitzt. Einfach ein Set, wo drei garantierte Inform-Karten drin sind. Und ich hoffe einfach, da wird was Nices drin sein. Wir haben unter anderem Inform Ibrahimovic, Inform Suarez am Start. Als erstes starten wir mit dem 100k-Pack. Ich wollte schon 24k-Pack sagen, weil da 24 Objekte drin sind. Mit dem 100k-Pack rein. Da sind ja nur seltene Goldspieler drin. Ich mache es mit der Nase auf. Es ist kein Walkout. Es hat nicht lange geladen. Auch kein Inform, wie es aussieht. Sondern nur ein 84er-Rated Granit Xhaka. Okay, den kann ich vielleicht für die Sport-Building-Challenges benutzen. Da braucht man ja ein paar 84er-Rated-Karten. Aber das Pack war jetzt wirklich nicht so nice. Vielleicht noch was in den Duplikaten drin. Ja, war rar noch als 84er. Okay, das geht in Ordnung. Ja, ist jetzt nicht so das nice Pack gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für die Sport-Building-Challenges kann man da auf jeden Fall noch den einen oder anderen für ein paar Münzen verticken. Oder vielleicht auch erstmal behalten. Müssen wir mal schauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich schon rein ins, ja, deutlich interessantere Pack. Ins garantierte Inform-Pack. So, Freunde. Und da ist es. Das 3 Inform-Pack. Dieses Set. Darauf haben wir jetzt ein Wochenende richtig krank geschwitzt. Ich habe am Freitag ja gar nicht gespielt. Am Samstag 13 Partien oder so gemacht. 8 oder 15 Partien und musste dann am Sonntag. Ich bin in Hamburg gelandet mit dem Flugzeug. Das Erste, was ich gemacht habe. Mich bei Kevin und Alex in die Wohnung gesetzt. Und da einfach angefangen zu streamen. Und das dann 7 Stunden. Das war so extrem. Und wir haben es nach Elite geschafft, Freunde. Das ist jetzt unsere Belohnung. Kommt schon. Ich möchte einen richtig nicen Team der Wochenspieler sehen. Wir öffnen das Pack jetzt. Es gibt keinen Walkout. Aber vielleicht was richtig nice ist. Und unser bester Spieler ist Bruma. Mit einem 83er Rating. Okay, da habe ich mir auf jeden Fall was Besseres erhofft. Was haben wir hier noch drin? Bruma, Rugani und Dendoka. Oder Dendonka. Ist irgendeiner von denen vielleicht ein bisschen mehr wert? Ja, alle so, denke ich mal, um die 20.000. Was ist mit Bruma? Also wegen den Squad-Panning-Challenges können die gar nicht so günstig sein. Der kostet sogar anscheinend 30k. Ich denke, naja, 20, 25k wird er auch kosten. Dendonka dann wahrscheinlich der günstigste. Gucken wir hier nochmal rein. Ja, der kostet nur 15k, Freunde. Egal, kann ich für die Squad-Panning-Challenges benutzen? Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Aber okay, immerhin. So, Freunde. Und jetzt sind wir beim Guerrero, beim Manuel auf dem Kanal. Link zu seiner Facebook-Seite ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Und wir schauen mal, wie weit er es an diesem Wochenende geschafft hat. Und er ist einfach wieder 16. Tag geworden. So krank der ist schon wieder in der Top 20 vom Foot-Champions. Kriegt 150.000 Münzen, 4 100k-Packs und 1 11-Inform-Pack, Freunde. Richtig, richtig gestört, was der hier wieder abgerissen hat. Ich glaube, 39.1 ist er am Ende gegangen. Und dann gucken wir mal rein, was wir für Packs haben. 4 100k-Packs und 1 11-Inform-Pack. Ich würde sagen, wir starten rein mit dem ersten 100k-Pack. Ich glaube, es war kein Walkout. Nee, die Sternstufe war richtig klein. Was wird's? Fertongren. Ein 83er-Rated-Spieler als bester Spieler in einem 100k-Pack. Äh, ja. Okay. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Gehen wir rein ins zweite 100k-Pack. War das ein Walkout? Ich weiß es nicht. Sternschnuppe ist ein bisschen größer. Torwart aus der Schweiz. Das wird ja ein Sommer werden. Wo wir gerade bei Torwart aus der Schweiz sind. Richtig lustig. Ich habe übrigens beim Rückflug aus Hamburg nach Köln einfach den guten Diego Benaglio am Flughafen getroffen. Natürlich erst mal ein Foto gemacht. Richtig korrekter Dude. Und, ähm, ja. Ansonsten ist das Pack leider hier auch wieder nicht wirklich viel wert. Wir nehmen die ganzen Sachen mal mit. Aber bis jetzt lässt das Pack-Lack ein bisschen zu wünschen übrig. Drittes 100k-Pack. War das ein Walkout? Nein. War es nicht. Und es wird wieder ein 83er-Rated-Spieler. Alter. Was ist hier gerade mit dem Pack-Lack los? Das geht ja mal gar nicht klar. Fonte und Rimenes als beste Spieler aus diesem Pack. Vielleicht sind die noch was wert. Die Bischi, Mangala. Aber sonst ist das schon wieder ein Pack zum Vergessen. Das ist ja richtig krass gerade. Da wären auch noch am Start. Herzlichen Glückwunsch. Also die 100k-Packs scheißen gerade mal richtig rein. So, Freunde. Allerletztes. Das ist ein 100k-Pack. Komma. No-Spec. Du musst jetzt was Gutes bringen. Hat das lange geladen? Ich weiß es nicht. Ja, Mann. Es gibt einen Inform. ZM England. Und es wird Lallana. Es geht doch. Wir haben endlich mal einen Inform gezogen. Kein Walkout. Aber einen Inform. Und so muss das dann doch mal sein, Freunde. So will ich das sehen. Leno gibt es auch noch als 86er-Rated dazu. Sehr, sehr geiles Pack. Komm, Lallana. Was bist du wert? Come on. Ja, knapp 100k. Ja, wobei eher so 70, 80. Aber es geht doch auf jeden Fall mal. Ich denke mal, so 75, 70k wird er wert sein. Ja, wahrscheinlich eher 70k. Sehr nice. Wir haben unseren ersten Inform gezogen. Sieht sogar richtig nice aus, die Karte. Dazu noch Leno, Brahimi, Piszczek, Lukas. Das sind dann alle Spieler, die zumindest mal ein bisschen was wert sind. Das geht doch mal in Ordnung. Das war jetzt hier wirklich das allererste anständige Pack. So, Freunde. Und jetzt kommt das beste Pack diese Woche. Das 11-Inform-Pack. Und wir haben kranke Informs am Start. Ibrahimovic. Suarez. Wir haben richtig nice Spieler. Der Mertens ist auch heftig. Es sind geile Sachen dabei. Und ich hoffe, dass wir einen dieser Spieler jetzt ziehen werden. Denn dann würden wir dem guten Manuel hier richtig, richtig kranke Karten besorgen. Come on. Wir machen wieder ein Nose-Pack. Kommt schon. Es wird ein Walkout. Es wird ein Walkout. Das muss Ibrahimovic sein. Das muss Ibrahimovic sein. Come on. Gibt es noch einen Walkout-Spieler? Bitte nicht. Bitte nicht noch einen anderen Walkout-Spieler. Nein, Handanovic. Fick dich. Nein. 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 Ich wurde so getrollt. Ich wurde so getrollt. Nein. Nein. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Dembélé immerhin noch. Alter. Seriously? Oh nein. Oh nein. Bitte nicht. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Das ist die pure Enttäuschung. Ist Dembélé wenigstens etwas wert? Ja, Dembélé ist... Dembélé ist immerhin 140k wert. Handanovic kann eigentlich nicht viel wert sein, oder? Ja, der wird unter 100k. Ja, 100k ist der wert. Ja, bitte, ey. Da kommen wir bei dem Pack vielleicht am Ende auch auf 450 oder 500k. Balotelli ist auch 60k wert, aber das ist so bitter. Das ist so bitter, weil ich einfach gehofft hatte. Ich hatte so gehofft, beziehungsweise ich war mir eigentlich sicher, dass es jetzt Suarez oder Ibra wird. Und dann kriegen wir einfach Handanovic als Walker. Den hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Dann ist er noch nicht mal mehr im Ernst hinter. Oh Mann, das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. Ich hatte richtig, richtig gehofft, dass es Suarez oder Ibra wird. Und ich dachte dann schon, es wird ein Walker. Und ich dachte schon, es wird Ibra oder Suarez. Aber nein. Es wird Handanovic. Naja. Ich würde sagen, wir kommen zu den Packs von Mario. Richtig bittere Sache. So Freunde, kommen wir zu den Packs vom E-Sportler Mario Wiska. Der ist hier E-Sportler bei Schalke. Der hat es nach Elite 1 geschafft. 200k Packs und zwei Dreier-Inform-Packs. Bekommt da, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen dann auch gleich mal direkt in die Packs rein, die ihr hier bekommt. Ich wünsche ihm natürlich auch, dass er was Gutes zieht. Gucken wir uns das erste 100k Pick an. Kein Walkout. Und Rechtsverteidiger Spanien, Daniel Alves. 83er rated im ersten Pack für ihn. Okay, das ist richtig bitter. Schauen wir mal, ob vielleicht noch was dahinter ist. Aber alles unter 84 kannst du ja in Ausnahme von Vardy und Kanté nicht gebrauchen. Deshalb checken wir das nochmal ab. Gamayro, Radell, Sarko, Iturapsel. Ja, Fernandinho geht glaube ich noch für 10k weg. Aber sonst war das 100k Pick hier echt nicht nice. Vertongen ist auch nicht so viel wert. So, come on. Wir öffnen jetzt gleich das zweite 100k Pack. Mario hat ja auch nur zwei 100k Packs hier zur Verfügung. Freunde, wir schauen mal rein, was er hier zieht. Oh, das hat relativ lange geladen. Wird das ein Walkout? Ne, es wird keins. Innenverteidiger Chelsea. Oh mein Gott, es wird Terry. Ich hatte für eine kurze Zeit Smalling gehofft. Der wäre immerhin noch 15 oder 20k gewesen. Aber damit war auch das zweite 100k Pick für den Mario wahrscheinlich richtig abfalliert. Wenn er hier nicht noch was Gutes drin hat. Terry, 84er Rating ist gar nichts wert. Sharka, Butland. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter. So Jungs, jetzt kommen wir zu dem ersten 3-Inform-Pack von Mario. Und ich wünsche ihm wirklich, dass da was Gutes drin ist. Hoffentlich wenigstens nicht so ein Crap-Pack wie bei mir, wo der beste Spieler Bruma war. Come on, let's go. Erstes 3-Inform-Pack, kein Walkout. Aber das ist in Ordnung. Das ist bei denen eigentlich ziemlich klar. Und das wird Lallana sehr nice. Lallana in einem 3-Inform-Pack. Das ist für Mario auf jeden Fall richtig in Ordnung. Wenn man bedenkt, dass man auch so eine Scheiße wie ich drin haben kann. Der ist ja irgendwie 70 oder 80k wert, hatten wir gesagt. Richtig nice auf jeden Fall, Lallana. Schauen wir, ob da noch was hinter ist. Der Mbele gibt es ja auch noch. Ne, Mann, er zieht auch Bruma. Aber wir hatten es gesagt, hier, Lallana ist so circa 70, 80.000 wert. Hier ist jetzt sogar gerade nur 90er. Okay, krass, 87. Ansonsten 98. Ja, ja doch, so 75, 70k ist der Lallana wert. Bruma und Latzer werden jetzt nichts wert sein. Aber dafür geht das erste Pack echt in Ordnung, muss man ganz klar sagen. So, Freunde, jetzt sind wir beim aller, allerletzten Pack dieses Pack-Openings angekommen. Mit dem 3-Inform-Team der Woche-Set. Come on, wieder kein Walkout. Aber da kann auch jetzt mal was Gutes drin sein. Frankreich rechter Flügel, Dembele, nicht Valbuena. Richtig, richtig nice. Wir kriegen den Dembele hier. Der ist, glaube ich, so 130, 140.000 Coins wert. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein richtig guter Abschluss für dieses Pack-Opening. In diesem 3er-Inform-Pack hier. Und Lallana gibt es auch noch dazu, Alter. Was für ein nices Pack hier für den Mario. Lallana auch nochmal wieder für 70k, den wir hier verkaufen können. Bruma, ja gut, 25k. Aber es geht ja auch noch. Und dann noch Dembele. Also das Pack hier einfach, circa 200.000 Münzen wert. Und das für ein 3-Inform-Pack. Das geht wirklich richtig klar. Dembele, schauen wir drauf. Ja, sogar 140k ist er wert. Richtig, richtig nice Sache. Damit kommt er in den Verein. Und dann war es das mit diesem Pack-Opening. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Die Packs waren dann alles in allem eigentlich für jeden relativ zufriedenstellend. Ich wollte ja eh nur Elite erreichen und im Monats-Ranking dann hinterher nach Elite 3 zu rücken. Um da eben dann am Ende diese 11 Gold-Roten-Informs zu bekommen. Deshalb war das eigentlich klar, dass in meinem 3-Inform-Pack jetzt nicht so ein nicer Scheiß drin sein wird, Freunde. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Pack-Opening gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Checkt auf jeden Fall die Social-Media-Kanäle von Mario und Manuel ab. Die sind in der Beschreibung verlinkt. Also checkt das auf jeden Fall ab. Mich würde es auch freuen, wenn ihr hier den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich hier ganz am Ende jetzt meine Playlist auschecken. Da sind alle meine Foot-Champions, Livestreams und Pack-Openings drin. Also da auf jeden Fall vorbeischauen. Ich bin raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.